Christina Luft, 33, hat die 16. Staffel, Let's Dance, erfolgreich hinter sich gebracht. Jetzt ist für den TV-Star erst einmal Erholung angesagt. Wie Luft am vergangenen Wochenende enthüllte, tanzte sie auf der großen Profi-Challenge mit einem Bänderriss. Allerdings hielt sie ihre Verletzung während ihres Auftritts mit Kollegin Isabel Edwardson, 40, ganz bewusst geheim. Wollte kein Fass aufmachen, aber sagen wir mal, mir war nicht nach Luftsprüngen zumute, erklärte sie. Aber bei der Show hat keiner was gemerkt, das war mir ganz persönlich sehr wichtig. Doch es gibt auch Positives zu berichten. Vor wenigen Tagen zeigten sich Luft und ihr Verlobter Luca Henni, 28, erstmals in ihrem fertigen Eigenheim. Auf einem Foto, das sie auf Instagram veröffentlichte, präsentieren sich die beiden in inniger Umarmung vor einer breiten Fensterfront. Weitere Aufnahmen zeigen den Blick über Bern von der Terrasse aus gesehen, sowie ein Brot. Dass die Form eines Schlüssels hat. Der Moment der Schlüsselübergabe war etwas ganz Besonderes. Wir haben den Sonnenuntergang in unserem ersten gemeinsamen Haus einfach gemeinsam ganz still genossen und in diesem besonderen Bild festgehalten, schreiben die beiden zu ihren Bildern. Wir können kaum in Worte fassen, was das für uns bedeutet. Let's dance. Christina Luft stellt etwas klar. Jetzt räumt Christina Luft auf Instagram mit einem Gerücht auf. Das sich seither hartnäckig hält, wir sind noch nicht im Haus eingezogen entgegen vieler Annahmen, stellt sie klar. Aber bald. Ich fange langsam an zu packen die Tage. Henni und Luft, die Anfang 2022 ihre Verlobung bekannt gaben, können es kaum erwarten, zum ersten Mal in ihrem Eigenheim zu schlafen. Ob dann endlich auch Hochzeit gefeiert wird? Untertitelung des ZDF für funk, 2017